Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Die meisten von Ihnen haben in der letzten Woche ihre persönliche Supercard per Post bekommen. Und wahrscheinlich konnten Sie sie in unseren Läden und Bau- und Hobbymärkten in der ganzen Schweiz bereits einsetzen. Jetzt kommt Supercard zu Ihnen in die Region mit Supergame, einem packenden Spiel für Jung und Alt. Los! Drei bis vier Mal pro Woche wird vor verschiedensten Kopfverkaufsstellen in der ganzen Schweiz ein Supergame ausgedreht. Wie beim richtigen Posten können die Mitspieler Superpunkte für Superprämien sammeln und sich dabei wieder einmal so richtig amüsieren. Als Höhepunkt von jeder Woche wartet auf die glückliche Gewinnerin oder den glücklichen Gewinner ein brandneuer VW Lupo. Wo in Ihrer Nähe der Supergame tross Halt macht, entnehmen Sie am besten eine Coop-Zeitung oder ein Plakat in Ihrem Coopladen. Dann verpassen sollten Sie diesen Applausch auf keinen Fall. Weniger Sportliche können aber auch von zu Hause aus mitmachen beim Supercard-Spiel. Was muss man machen, um sich zu den glücklichen Gewinnern zu zählen? Ganz einfach. Teilnahmekarten in Ihrem Coopladen oder den Coupon aus der Coop-Zeitung ausfüllen und mit dem richtigen Lösungswort sofort einschicken. Alles andere machen wir bzw. unsere Glücksfee. Diese Woche ist der Start der zweiten Runde, gesponsert von den folgenden Markenartikeln. Sprite Obey Your Thirst, Evian natürliches Muralwasser, Tigerfit Käse, Colgate Fresh Confidence und MI4 Plus Blanc Batu. Zu gewinnen gibt es neben drei Städtenflüge von Helvetik-Tours für je zwei Personen nach London 100 mal 10'000 Superpunkte für Superprämien. Das Mitmachen lohnt sich also. Für untrübte Ferien braucht es ein Minimum an Vorbereitungen. Ganz besonders, wenn ein Baby mitreist. Darum dürfen ein paar Sachen im Reisegepäck nicht fehlen, wenn es später keinen Stress geben soll. Bei hohen Temperaturen schweizt auch das Baby stärker, was Licht zu Hautirritationen führt. Die Pampers kann ihnen helfen, das Problem zu lösen. Mit der neuen Pampers Extra Comfort Premium kommt extra viel frische Luft an die Haut und aus dem Inneren der Windeln kann noch mehr Wasserdampf entweichen. Dank dem kann sich ihr Baby auch im Sommer so richtig wohlfühlen und mit ihnen zusammen die Wärme noch besser geniessen. Durch Veränderungen kommen die Kinder sehr oft in Stress und es kann Verdauungs- und Schlafstörungen geben. Auch das kann zu Hautirritationen führen. Die Penaten Babymilk beruhigt das reisegestresste Baby bei sanfter Massage durch die Hände der Mutter. Sie stabilisiert den Feuchtigkeitsgehalt der Haut, zieht schnell ein und Jojobaöl, Vitamin E und Panthenol pflegt und beruhigt die Haut. So gut geschützt mit Penaten werden die Ferien auch fürs Baby zum Vergnügen. Nach diesen schönen Aussichten auf Ferien jetzt wie immer ein Ausblick auf ein paar besonders schöne Aktionen. Ein Beutel Pronto und Fresco Mischsalat kostet 2 Franken. Und mit der GOP Supercard kommen sie vier Pakete Napoli Spaghetti zum halben Preis über. Auf zwei paar GOP Landjäger gibt es 120 Superpunkte für Superprämien. Sie wissen ja, Supercard vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem GOP Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und auf Wiedersehen. تى und bei vielen Parteien auf préc armchen! Es geht auch weiter mit den EA das Gefahr aus. Vielen Dank.